So, ich glaube, im Großen und Ganzen soll es keinen allzu großen Unterricht, äh, Unterricht, Unterschied machen, von daher, nehmen wir den Ursprungsquicksafe, da habe ich, obwohl jetzt hätte ich ein bisschen mehr Muni, oder? Ach komm, ist egal. Wir waren erfolgreich. Hier lebt keiner mehr. Achso, bei der anderen Version hätte ich halt mehr Blut gehabt. Ich versuche mich mal gerade, Jezebel noch zu stellen. Mal gucken, was das wird. Genau, da geht es dann rein. Ich denke, sonst kommen wir hier eh nirgendwo hin. Ich glaube, so viel ist hier auch nicht. Wie gesagt, hier ist alles zu. Naja, dann, meine Liebe. Oh, ja, wer haben wir hier? Bist du ein Böse, kleine Morsel? Bist du die Böse-Königin? Bist du die Böse-Königin? Queen? Ah, yes. Ich bin Jezebel. Jezebel Locke. Du bist ein Malkavian, oder nicht? Spiegel in gewaltigen Riddeln. Deine Augen tanzen mit Visions, die sie nicht verstehen. Wirst du nicht tanzen mit Jezebel, kleine Morsel? Du bist eine gefährliche, unvergleichliche dunkle Schönheit. Das Gummihütchen, ja. Woran der da wohl denkt, ne? Oh, du kannst mich nicht wegschrauben, kleine Morsel. De eine Art oder andere, du und ich werden uns in unsere Beziehung auf den Weg in den Nächsten Zirkel. Ich wünsche dich, den dunklen Umhang der von dir gekauften Frauen zu tragen. Ich muss die Welt von deinem virulenten Wirken befreien. Wie gesagt, die ist nicht ohne. Die ist nicht ohne, die Dame. Ich habe mal die Hälfte jetzt runtergehauen. Ähm. Hm. Okay. Ich glaube, das ist der Spielschein, das gerade... Ich hoffe, das war jetzt so mit dem Laden. Weil ich da gerade noch volle Bulle draufgeballert habe. Jo, das sieht besser aus. Hm. Oh, yeah. Who do we have here? Are you a believer, little Morsel? Have you come... So, das können wir. Gummihütchen. Ähm. Wie weißt du, wenn du mal deine Waffe ziehst, Kollege? Ach, Spiel. Funktionier doch mal. Ich wollte ja auch die Blutmacht statt der Blutheilung haben. Es läuft nicht so wirklich rund. Okay. Ich glaube, wenn ich hier mit voller... Ja, irgendwie scheint sich das hier in den Speicherstand noch mit rein zu... ...zuarbeit, wenn ich halt hier mit voller... ...Montur zerlegt werde. Äh. Gucken, was das wird. Speichere ich einfach nochmal. Ich habe wieder die Waffe weggeschickt. Ich habe wieder die Waffe... ...zureich. Ich habe wieder die Waffe... ...zureich. Ich habe wieder die Waffe... ...waffe, was sehe ich gerade. Das ist doch schon mal gut zu wissen. So. Ach, und der ist dann auch nicht so ganz korrupt. Der Speicherstand, aber... ...das MG scheint sich gar nicht mal so viel zu machen. Vielleicht sollte ich mir doch vorher nochmal... ...irgendwas mit Blut holen. Ja, der ist okay. Jetzt habe ich zumindest mal Zeit... ...mich kurz... ...zu fassen. Im wahrsten Sinn des Wortes. Reicht das, dass wir uns anschleichen können? Du ballerst jetzt hier wieder auch irgendwelche... ...Dings hier rauf. Ich könnte mich ja verdunkeln erst mal. Dann haben wir jetzt erstmal den Überraschungsangriff. Okay, das war besser. Ich muss dann nur daran denken, dass die Verdun wieder ausschalten. Fuck. So. Auch wieder einige Anläufe gebraucht. Aber wir haben sie jetzt erledigt. Endlich. Geschmackvolle Innenrichtung. Immer am Ball bleiben. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Ich muss unbedingt Recherche skillen. Gut. Da gibt es nichts Interessantes drin. Also, wie hat das sie übel war, wusste ich jetzt eigentlich noch. Ich hätte allerdings auch gedacht, dass Boris ein bisschen heftiger wird. Zum Glück haben wir den tatsächlich ziemlich gut weggekriegt. Jaja, das war... Das war nicht so ohne. Aber wie gesagt... Wir haben ein paar Gegner, die... Zumindest am Anfang, also glaube ich am Anfang relativ heftig sind. Wenn wir nachher das noch ein bisschen weiter folgen... Ich glaube, wenn wir weiterhin auf Schusswaffen gehen, für später lohnt es sich aber auf jeden Fall. Da wir dann einiges deutlich besser wegkriegen an Gegnern. Könntest du vielleicht an dir noch mal ein bisschen laben, ne? Ich will aber tatsächlich gucken, ob der mittlerweile wieder Blut hat. Weil sonst so wenig, wie wir dem gelassen haben, wenn wir da einmal reinbeißen, ist er direkt weg. Oder guckt jemand? Okay, er hat wieder Blut. Das heißt, wir warten, bis mal Dämmchen hier weggegangen ist. Und dann wird er eine Runde genug hüllt. Komm, verzieh dich mal. Ich habe Durst. Apropos Durst. So, dann sollten wir jetzt aber etwas Ruhe haben, ne? Nur wir beide. Man dauert jetzt auch etwas länger, den hier zu trinken. Dafür gibt es halt auch ein bisschen mehr Blut raus. Blutrausch und Blut raus. So, sehr schön. Ach, da fällt mir ein, ich kann tatsächlich mal, äh, werde ich, hab ich jetzt, bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen. Äh, da ich heute dann auch leid wieder sehr viel unterwegs war. Und festgestellt, was halt mein MacBook-Klang, glaube ich, jetzt endgültig durch ist. Also, wie ich da jetzt den Grafikkarten-Chip deaktivieren muss, dass es überhaupt noch läuft. Ähm, Min hat mir, also hatte aufgrund, oder hatte sowieso halt dann, äh, wegen unserem Min-Army-Team, äh, meinen Charakter nochmal als Pixel-Art zusammen gebastelt. Kepo habe ich das schon geschickt gehabt heute Mittag, heute Nachmittag. Ähm, und den würde ich, glaube ich, dann als, ich gucke mal, wie der, wie der auf Twitch aussieht. Äh, aber ich glaube, den könnte ich dann als Sub-Emote, also als neues Sub-Emote dann da reinpacken. Du, ja, als Sub-Batch-Emote ist es ja, also so Emote vielleicht auch noch. Toll. Na komm. Ich glaube, wir haben jetzt alles, also, oder, ja, doch, sieht so aus, hätten wir alles Blut wieder rausgekotzt. Ach, diese Penner. Aber gut, wenn du halt zu geizig für Nutten bist, dann müssen Penner hier halten. Ist halt wie im wahren Leben. Hm. Und dann, wenn wir eh hier sind, ich will dann nochmal zurück und gucken, ob ich an den Computer rankomme. Oder sollte ich jetzt ja eigentlich. So, aber ja, wie gesagt, ähm, als, als, äh, Äh, ja, deswegen angesprochen. Ich werde das dann mal, es dauert immer so ein paar Tage, bis es von Twitch schon auch freigegeben wird, dass man es halt wirklich nutzen darf als Emote. Ähm. Ach, wir kommen, glaube ich, durch den Lüftungsschacht kommen wir irgendwie weiter runter. So, Katakombenklaus, vielen Dank für den Follow und herzlich willkommen. Ähm, das war, glaube ich, im dritten Stock, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, wie gesagt, werde ich dann mal einstellen und dann sollte das demnächst als Batch, ähm, hier vorhanden sein. Die Welch Residenz. Dann halt nicht. Das vierte war unsers. Na komm, dann gehen wir gehen wir von außen rein. Das kriegen wir auch noch hin. Sind die alle versperrt? Na gut, da waren wir ja drin. So, hier war ja, glaube ich, sonst, da war ja nur mal Dämmchen in der Ecke. Genau, die da. Wo sich hingeschieden ist. Dann noch hier Kerzen blühen lassen, so. Ungefährlich ist das aber nicht. So, da war Mitch. Achso, ja gut, wir müssen halt noch mal runter. So, dann werden wir hier Nummer drei. Ja gut, das wird dann auch erklären, warum das hier etwas besser aussieht. Hallo, dann würde ich jetzt gleich gerne den Save aufhaben. Immer noch nicht. Aber Aupex müsste doch jetzt reichen. Dass wir das dann knacken können, oder? Jawohl, reicht sogar. Juwelen. So, machen wir das kurz noch mal weg. Den dann bitte entriegeln. Sehr gut. Der war hier hinten, ne? Okay. Ja gut, da sind tatsächlich Juwelen drin. Dann hat er das Passwort nicht gelogen. Ist halt auch eine ganz gute Idee. Ach, wir könnten das... Ja, wir sollten das vielleicht auch bei Fat Larry mal verkaufen, das Zeug. Bringt ja immerhin Geld. Ähm. Ist ja auch gar keine so schlechte Idee. Wo kommst du denn her? Ich dachte, du bist jetzt noch ein bisschen gedingst. Geschockt. Na gut, eigentlich brauchen wir hier ja nicht mehr hin. Tschüss. Äh, ja, das stimmt. Also die, die Source, äh, Engine, die ist echt gut ge, äh, gealtert. Fand ich tatsächlich auch. Also auch, ich hab's ja dann 2014 ans Let's Play nochmal... Oder 2013, 2014? 2014 war's, glaub ich. War mein zweites Jahr. Ach, du bist das. Du bist da hochgelaufen. Dreist. Vielleicht müssen wir es nicht dann doch irgendwann umbringen. Oder muss ich hier nochmal... nochmal häufiger hin? Hm. Aber ja, das fand ich halt damals dann auch, als ich das Let's Play gemacht hab. Ähm. Ich hab's als To Release damals, äh, öfter mal gespielt. Oder auch mehrfach durchgespielt. Und dann halt ne ganze Weile nicht. Und, äh... Deswegen fand ich das dann auch ganz interessant, wie... Wie gut die doch gealtert ist. So, und hier sehen wir dann auch, dass der Besitzer sich ein wenig hier umgeschaut hat. Ähm. Und ich glaub, das ist sogar das von der... Von der, äh, Porno-Dame. Also, was heißt Porno-Dame? Von der Prostituierten. So. Hm. E-Mail. Kommen wir da rein. Sieht gut aus. Spannend. Ah. Genau. Half-Life war... Äh, sieht auch heute aus. Also, gerade die... Gut, die ist ja auch ziemlich modifiziert worden. Die, äh, jetzt die Black Besa-Version, die jetzt ja endlich mal fertig geworden ist. Aber ja, das stimmt auf jeden Fall. Äh, Half-Life 2 war übrigens der Grund, weswegen das Spiel so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist. Ähm, das war halt das, das Problem bei der Sache, dass das, äh, die hatten halt ein, äh, war halt dadurch, dass es halt eben die Source-Engine nutzt, äh, das einzige Spiel außerhalb oder abseits von Half-Life 2 war halt die Voraussetzung, das Spiel darf auf keinen Fall vor Half-Life 2 veröffentlicht werden. Dann gab's ja damals die Sache, dass Half-Life 2 ja noch, dass da der Source-Code geleakt wurde, ähm, irgendwie das, der groß, irgendwie so, ich weiß gar nicht, es war ja schon größtenteils fertig, das Spiel. Äh, der ist dann halt, irgendjemand hatte halt, ich glaub, sie haben den auch relativ schnell gekriegt, den Verursacher, den Hacker. Ähm, auf jeden Fall war das ja eine Zeit lang dann doch vor Release zugänglich und auch ziemlich gut Spielbär, so wie ich's mitgekriegt habe. Äh, dann hat sich das alles nochmal ein Jahr oder zwei nach hinten verschoben mit dem Release von Half-Life 2 und dadurch mussten die hier auch wieder ein bisschen warten. Und Activision hat halt drauf gepocht, dass das direkt ein Tag nach Half-Life oder am Tag, an dem Half-Life erscheint, auch veröffentlicht wird, weil die's halt möglichst schnell raus haben wollten. Und da ist es halt dann im Schatten von Half-Life komplett untergegangen. Und dementsprechend, äh, mittlerweile hat's eine ziemlich loyale Fanbase, was ich so mitgekriegt habe. Aber dadurch hat sich's halt bei Release nicht gut verkauft und Troika Games haben dann, glaub ich, auch deswegen Insolvenz einrichten, äh, ein, äh, reichen müssen. Ja, Publisher. Die waren damals teilweise schon übel. So, versteckte Kamera, aktiv von Butch Rider. Oder Butch Rider. Hey Tom, sieht aus, als hätten wir ein Deal. Du schickst mir weiter die Überwachungsaufnahmen und ich bezahle dich für das Zeug. Hm, praktisch. So, löschen wir mal. Nicht, dass das noch irgendwie, äh, irgendwie gegen uns verwendet werden kann. Oder gegen den Besitzer hier. Wir schauen uns mal die Apartment-Lotizen an. Simon Milligan. Der ist vom Fernsehen. Die Chancen stehen gut, dass die Aufnahmen vielleicht mal was wert sind. Ich soll dein Auge auf ihn werfen. Ähm, ja. Genau, das denke ich auch. War tatsächlich auch tatsächlich der Grund, weswegen ich's jetzt nochmal angefangen hab. Also, ich hab's halt früher als, ähm... Ich glaub, als, als Ventrue und als, äh, Brucha und, und so öfter mal durchgespielt. Ich glaub, als Nosferatu hab ich's mal angefangen. Aber eben noch nie als Malkavianer. Und ich hab's auch, glaub ich, noch nie als Malkavianer gesehen, das Let's Play. Äh, oder quasi das Spiel. Ich glaub ich, oder hab ich... Ich glaub, bei Brucha hab ich mir das Let's Play zu Vampire, äh, Bloodlines mal angeschaut. Und deswegen dachte ich, äh, da jetzt mal wieder ein Stream-Slot, äh, Stream-Slot frei geworden ist, können wir uns das nochmal anschauen. Äh, wie gesagt, ich mag das Spiel auch sehr gerne. Und das ist eins der wenigen Spiele, wo ich, ähm, wo ich halt sage, oder wo ich festgestellt hab, dass meinerseits nach die FSK 16 Einstufung zu niedrig ist. Normalerweise ist es andersrum, dass ich die zu hoch einschätze, ähm, oder als zu hoch empfinde. Hier hätte ich, glaub ich, äh, von mir aus den FSK 18, vor allen Dingen, weil's, also weil's halt gerade später, sowohl physisch als auch, äh, psychisch doch, äh, nicht so für schwache Nerven ist. Aber ja, allgemein ist ja ganz gut, dass sich die USK in den letzten paar Jahren doch gebessert hat und, äh, nur noch wirklich in den absoluten Ausnahmefällen Sachen indiziert. Und meistens, dass es dann eine FSK 18 oder FSK 16 Freigabe gibt, in der ungeschütteten Version, spart mir eine Menge Geld und Stress, weil ich die Sachen dann nicht aus dem Ausland mir besorgen und importieren muss. So, dann gucken wir mal, Apartment 2, was haben wir denn da Schönes? Sean Milton, ein fauler Sack, der nie eine süße Maus für die Flint bekommt. In der letzten Zeit pennt immer ein Typ bei ihm, da wollte ich nicht so genau zusehen, ja. Äh, Apartment 3. Ähm, Georgia Welch, die Braut ist steinreich und echt scharf. Oh, das Passwort für ihre Tür ist, äh, 9648. Also vielleicht schleiche ich mich mal rein und stehe da ein paar Schlüpfer, die ich online versteigern kann. Na, guck mal. Ähm, hätten wir uns auch das Passwort rausholen können. Aber was der, was der Dings denn jetzt da oben gemacht hat, der Wachmann? Apartment 3, äh, Apartment 4 ist frei, genau, das hätten wir gekriegt, wenn wir uns mit, äh, Lacroix besser gestellt hätten. Paul Anderson, ich dachte, es gäbe keinen Grund, ein Auge auf ihn zu werfen, doch dann habe ich ihn oben erwischt. Ich lasse das Band mitlaufen. Ah, ja. So, und Apartment 6. Hannah Glazer, äh, der Goldesel. Hier geht immer irgendwas Heißes ab und dieses Was ist in der Regel Hannah selbst. Ja. Sah ja auch gar nicht so verkehrt aus, das Mädel. Gut. Ja, der hat es sich halt hier gemütlich gemacht. Ähm, ich will mal gerade nochmal in den Questlock rein. Sie haben Boris getötet und Venus Schuld bei ihm storniert. Genau, das stimmt sollten wir auch noch abgeben. Bei Pishak gehen wir auch nochmal vorbei. Sie haben Jezebel Lock getötet, erstattet sie Demselbericht. Und sie haben den Pestträger erledigt. In Ordnung. Ich hoffe, Demsel mag uns dann. Demsel in Distress. Ich glaube, außer leeren Räumen war sonst nichts Interessantes hier. Ah ja, können auch, stimmt, wir können eigentlich auch hier raus. Äh, dann sparen wir uns eventuell noch eine Begegnung mit den Polizisten. Kanalisation, wir kommen. So, theoretisch können wir, glaube ich, hier den erstbesten Ausgang wieder nehmen. Jo. Oh, das hat sich ja richtig gelohnt. Ach, genau, da wollte ich hin. Genau, ab durch die Gulli. Ist halt als Nosferatu, ähm, sehr praktisch. Deswegen sind halt bei allen wichtigen Stellen Gulli-Deckel angebracht. Da man sich mit denen ja nicht in der Öffentlichkeit zeigen darf. Hi. Lass uns in deine Höhle gehen. Zwinker, zwinker. Lass uns in deine Höhle gehen. Ja, ich kann dich nicht hören. Lass uns in mein Büro sprechen. So, die Dame. Boris. Der Zar fiel. Ich kehre mit den Sternen zurück, Göttin. So, ähm, genau, wir können dann tatsächlich, äh, hier alle paar Tage mal vor, oder zwischendurch immer mal vorbei. Und dann, ich glaube, jedes Mal 250 Dollar mitnehmen. Aber pro Dollar mitnehmen. Wir sollten das Zeug mal verticken. Schade, das geht noch nicht. Hey. Hier können wir runterspringen. Wie sieht's denn aus? Wir haben fünf Punkte. Was wollte ich? Ich wollte Recherche steigern. Also machen wir uns mal intelligenter. So, und mit den zwei, äh, mit den, mit den fünf können wir auf, glaube ich, zwei, das war das mit sechs. Fähigkeit von Handgemenge, okay. Aber immerhin. Äh, was war das? Handgemenge und Nahkampf. Theoretisch zwei Sachen, die ich eigentlich nicht wirklich steigern werde. Ich will da hier eher auf den Fernkampf gehen. Mal wieder. Hm. So. Achso, ich hatte die ganze Zeit überlegt, in der, wie gesagt, hier in der Tiefgarage war ja noch, oder in der Garage war ja noch was. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich nachher ein Auftrag für Lacroix, also eine Hauptmission. Ich habe meine Waffen gerne so nah bei mir, äh, wie einen langverschollenen Liebhaber. Ach nee, oder du hast den, von dir war der Auftrag. Da kauf mir dein bestes Fettsack. Hörst du die Stimmen auch? Haben sie eine Beschreibung von mir gegeben? Ja, hier ist, was geht's. Ich habe ein Tipp, dass die Chinatown Tong und ein paar Leute, die Leute, die sind auf einem Parking-Garage, um ein Geschäft zu holen. Jetzt, ich kann euch nicht erzählen, was sie exchangen, aber ich sage, dass ein bestimmter Mh, der Fetzer kriegt den ganzen Kuchen, davon will ich auch ein Stück. Ein großes Stück. Ich bin deine Actionfigur. Mein Einkaufsflagen ist leer. So, ähm. Mit dir wird er, glaube ich, tatsächlich eher das Zeug verkauft. Du hast noch ein Buch, sehe ich gerade. Oder den haben wir verkauft, das kann natürlich auch sein. Ähm. Dann. Nimm mal den Goldring bitte an dich. Ebenso wie die Dinger. Autoradio braucht, glaube ich, auch kein Mensch mehr. Hm. Ich weiß gar nicht, können wir die Morphiumfläschchen auch verkaufen? Oder bringen die irgendwas? Ich kann es ja mal gleich probieren. Ich habe halt echt keine Munition mehr. Aber ich glaube, ich bin geizig. Wie gesagt, auch hier wieder ein Gully-Deckel, dass man als Nosferatu einigermaßen unbemerkt zu Larry kommt. Hm. Allerdings habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass unser Schleichenwert nicht gut genug ist, dass wir da einigermaßen durchkommen. Ach genau, zu Pisha wollte ich ja noch. Hier ist, glaube ich, jetzt auch offen. Ring, ring. Und dann können wir die Quest auch mal noch ab. Ich glaube, ich schließe erst mal die Quests ab, bevor ich dann hier in den Dings gehe. Weil das gibt alles für meine Erfahrungspunkte. Und, ähm, vielleicht können wir da mit dann tatsächlich noch irgendwie, ja, wie gesagt, Recherche oder Schleichdenk. Weil Schleichen ist sinnvoller für den Job. Noch hochleveln. So, diesmal haben wir auch dann, beziehungsweise die zukünftige Zeiten, die Abkürzungen hier freigeschaltet. Da habe ich übrigens auch eine Mod drauf, dass die jetzt ein bisschen, ähm, ein bisschen anders aussieht. Ähm, Handlungsstränge gibt es eigentlich nur zwei. Also, sinnvollerweise anderthalb, so ungefähr. Äh, ich glaube, die, die Hauptmission für den, für den Prinzen müssen wir sowieso machen. Und dann kannst du halt nicht entscheiden, ob du zukünftig halt dich quasi gegen den Prinz stellst. Eventuell hast du dann, glaube ich, eine Mission weniger. Aber dann von den Anarchen, also von der anderen Fraktion, noch mehr Missionen. Äh, die Spielweisen unterscheiden sich halt einfach hauptsächlich durch die Fraktionen. Also, das ist halt, wie gesagt, die Malkaviar, das ist halt total irre. Ähm, dadurch, äh, haben die halt teilweise andere Gesprächsoptionen und wie die Charaktere halt auf dich, auf dich reagieren. Und die Nosferatu müssen sich halt eben überall verstecken und unterhalb, ähm, ja, außerhalb der Sichtweite größtenteils agieren. Ich glaube, die können dann auch dementsprechend weniger Missionen annehmen, weil die Leute halt gar nicht erst mit ihnen reden wollen oder direkt in Panik verfallen. Ähm, also das ist, wie gesagt, so die, die, und bei den anderen kommt es eigentlich eher darauf an, ob du dich auf Scharfschütze, also auf Fernkampf oder Nahkampf spezialisierst oder Magie, äh, Magier nimmst. Ähm, so, ich glaube, von den Missionen ansonsten sind die relativ gleich, je nachdem, welcher Fraktion du dich anschließt. Äh, äh, also nochmal extrem ändert sich halt die Spielweise dann von den Malkavianern und, gerade bei den Nosferatu. Verstanden. Erzähl mir mehr von den zu erwartenden Gewinnen. Ja, ich searche für zwei Items, die ich in dieser Umgebung trage. Einen, glaube ich, kann in einem der lokalen Museums sein. Hm, diesen Handel schlage ich ein. Erzähl mir von dem Museumspreis. Ähm, ich möchte noch etwas von der Witwe erfahren. Äh, wie würdet ihr den Tod selbst in ihrem Netz fangen? Äh, wie würdet ihr den Tod selbst in ihrem Netz fangen? So, der Giovanni-Preis. Hm, genau, das ist auch, werden wir aufgrund einer Quest später hinkommen. Sie dran denken, dass ich mich dann aber, mache ich ja sowieso, oder versuche ich sowieso, mich dann, äh, entsprechend hier umschaue. So, ähm, ja, erzähl noch ein bisschen was von dir. Ich möchte noch etwas von der Witwe erfahren. Yes. Hm, ein Ärmchen statt Hühnchen habe ich für dich. Ah, wir hörten dir jetzt irgendwas ab. Was hab ich dir denn gegeben? Hm. Dann wissen wir, wie die sich wie eine Gottesanbeterin verhält. Da kommt sie mir hoch. So, haben wir dann noch etwas Interessantes? Ich glaube nicht, oder? Ich wollte dich nicht, äh, wollte nicht an deinem Netz reißen. Ich bin fort. Hm. Oh. Ich glaube, die hat sich's da doch schmecken lassen. Aber ich glaube, die Gegenstände von ihr waren tatsächlich auch ziemlich gut, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also die, die gaben ganz nette Boni. Und daher lohnt es sich halt auch da, die Aufträge entsprechend zu erfüllen. So, dann ab zu den Anarchen. Geht das schon? Ja. Kann mich jetzt halt irgendwie nicht mehr bewegen. Nachspiel. Wieso wird denn die Konsole jetzt nicht anständig eingestellt? Sonst hat das doch immer einigermaßen geklappt. Die Maus stört halt gerade. Ah, schlechtes Spiel muss ich gerade nochmal neu starten. Na, tolle Wurst. Oder reicht's, wenn ich einmal rein und raus tappe? Nee. Leider nicht, leider nicht. Na gut. Wurde ja zumindest hier am Eingang gespeist, das heißt, wir können das Gespräch gerade schnell nochmal durchklicken. Ist zwar auch schon gut gepatcht worden, aber so wirklich rund läuft's glaube ich immer noch nicht. Selbst mit den entsprechenden User-Patches und Mods, was es dafür gibt. Ja, das ist tatsächlich schon das zweite Mal in diesem Spiel oder in dem Durchlauf, dass ich halt hier in diesen Dingern hängen bleib. Erstmal war das eigentlich ziemlich am Anfang in der eine Tür im Center Monika. So. Ähm, zack. Dann haben wir das glaube ich. So, ich denke, das Wichtigste haben wir jetzt abgefrühstückt. Ging ja zum Glück ganz schnell. Meine Herren. So, jetzt aber ab zu den Anarchen. Und dann holen wir uns hier noch das Zeug von ihnen. Weiß ich, die Belohnungen und ich hoffe, sie freuen sich darüber. Hey. An den Quatsch, Max Schaus, der wollte ja noch Bescheid wissen. Ich geh trotzdem zuerst zu Dämsel. Ich glaub zwar nicht, dass es scheitert, äh, wenn wir einem zuerst Bescheid sagen für den anderen, aber sicher ist sicher. So, hallo, äh, ihr Punk-Anarchen-Freunde. So. Wie man sieht, äh, Activision ist der Publisher. Von dem Spiel. Hm, noch immer bin ich gebunden an die, äh, Kandare des Narren. Die Hügel von Hollywood. Über den verrückten Erstgeborenen der Malkavianer finden. Ich bin nicht auf Seiten des Narren, aber ich weiß nicht, welchen Pfad ich beschreiten soll. Das Schicksal gab mir diesen schwarzen Peter. Solche Beachtung behehre ich nicht. Warum muss denn ich immer die Drecksarbeit machen? In meinem Herzen brennt die Flamme der Anarchen. Ich verweile hier nicht länger. Hast du was Neues? Ich suche weiße... Darf ich in deinen grauen Zellen wühlen? Haben wir aber, glaube ich, auch schon. Äh, heute Demsel. Okay, ich verweile nicht länger. Demsel. Hm, Paul ist tot. Das war kein Gerücht. Die Pesttaube ist ausgestorben. Hä, mehr Tauben für dieser Katzenkrallen. Sie zieht schon ihre Runden. Du was Neues? Time's up. Komm around in ein paar Minuten. Nups. So. Demsel hat ihm mitgetreut, dass es mehr als einen Pestträger in der Stadt gibt und alle müssen vernichtet werden. Sie hat bereits vorgeschlagen, mit den Pennern in der Stadt zu sprechen. Gut, dann gehen wir nochmal zum Regenten. Und dann versuchen wir uns mal einigermaßen... ...in dieses Dings da reinzuschleichen. Das Parkhaus. Dann gucken wir das mit dem... Also mit meinem Let's Play-Krank damals hat es echt gut funktioniert. Habe ich zumindest noch... Wie gesagt, das ist auch schon einige Jahre her. Zumindest habe ich so in Erinnerung, dass es ziemlich gut funktioniert hat. Ich glaube, der ist halt noch nicht ganz so gut im Schleichen. So, darüber... Ich glaube, dann dürften wir hier gleich da sein. Jo. Hallo, Neonate. Wie kann ich mit Unterstützung sein? Können wir Worte wechseln, Neckeskönig? Natürlich. Okay, das hat sich wohl anscheinend jetzt auch mehr oder weniger erledigt. Ähm, darf ich in den grauen Zellen wühlen? Was ist es, das du willst wissen? Ich habe weitere Fragen über die Camarilla. Sicherlich. Was würdest du wissen? Warum schneiden die Anarchen diese verrückte Familie? Die Anarchen fühlen, dass sie nicht die Struktur und Disziplin der Camarilla brauchen. Ich fühle, dass sie eine Gefahr haben. Beide zu den, die loyalen zu der Camarilla und zu ihnen selbst. Die meisten sind nur Kinder und brauchen unsere Gelegenheit. Hm. Die Anarchen brauen ihre mütterlichen Gedanken nicht. Äh. Ich hesse die Flagge der Anarchie, Hexenkönig. Leben Sie wohl. Redet ihr jetzt echt nicht mehr mit uns? I thought we had defined the nature of our relationship when last we spoke. I'm assuming you know where the door is. Welp. Hm. Ich verweile hier nicht länger. Ja, scheinbar ist der wirklich, äh, angepisst. Ah ja, genau. Und wie gesagt, das ist, äh, hier alles so ein bisschen... ...verwirrend. Verwirrend und magisch. Aber ja, wir sind erstmal verrückt und wir sind auf Seite der Anarchen. Von daher spielen wir das doch mal aus. So, wie sieht's denn aus? Achso, die Penner. Ja. Nehmen wir uns doch mal die Penner da hinten vor. Ich mein, hier sind ja auch wieder einige. Ich glaub, mit dem einen haben wir sogar schon geredet. Obwohl, ne, 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 machen wir nicht. Wir haben keine Munition. Dann gehen wir jetzt erstmal in die Garage. Und dann können wir uns vielleicht, also je nachdem, was wir da in Munition noch rausholen können. Ähm. Können wir uns dann ja nochmal... ...notfalls dann was kaufen. Na, irgendjemand da. Sieht nicht so aus. So, ach ja genau, wir können auch hier rein, ne. Jo. 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 Das stört dich ja nicht, wenn wir hier durchrennen. Andererseits haben wir auch noch die Verdunklung. Von daher sollte es dem Schleichnis, glaube ich, gar nicht so schlecht laufen. So. Los geht's. Na, komm. Einmal nach oben, bitte. Auch hier wieder die typischen Half-Life-Vibes. Lüftungsschächte. Ich glaube, so kommen wir halt echt gut an den meisten Gegnern vorbei. Ich glaube, der Rückweg war ein bisschen übler. Der Hinweg geht, glaube ich, ganz gut. Der Rückweg ist halt ein bisschen über, weil das irgendwie scheinbar nur so für den Weg runter ausgelegt ist. Also, wahrscheinlich sollen wir sich dann wirklich zurückballern. Aber ich glaube, ich habe es damals dann auch geschafft, wieder zurückzuschleichen. Jo, jo. So, weiter geht's. Ja, Tongue werden wir, glaube ich, auch, ja. Ich glaube, den werden wir auch noch treffen später. Ja, und hier haben wir jetzt zwei verfeindete Banden. Hm. So, die haben sich aber auch lieb, wie es scheint. So, netterweise geht ihr nämlich gerade weg. Ich hier mal hoch muss. Wie gesagt, Hinweg ist gut machbar, Rückweg ist halt etwas schwieriger. Oder man kann, ich glaube, hier bin ich da, da kann ich mich noch daran erinnern, dass ich damals als, mit meinem, äh, Ruha, also dem Nahkampfcharakter hier durchgerannt bin und einfach alles niedergemetzelt habe. Hihi. Gute Zeiten. Ich glaube, die Tong, also die von der Tong-Bande haben, glaube ich, auch alle Maschinenpistolen oder so. Das heißt, wir könnten halt gut unsere Munition auffrischen. Hm. Ich soll vielleicht nochmal speichern und hier nicht ganz so sorglos rumrennen. Okay. Nur mein Schild, aber keins, wo ich jetzt irgendwie Sinn oder irgendwas feststellen kann oder irgendein E-Stack erkennen kann. War zu erwarten, dass ihr hier rüber rennt? Ja, schön, wenn ihr da rüber rennt. Danach. Wohl nicht so. Aber eigentlich will ich ja Richtung Additional Parking. Oder ich will nicht nach oben. Genau, da ist More Parking. Es müssen halt auch erstmal an dir vorbei, wie es scheint. Genau, das ist gar nicht mal so künstlich. Das stimmt. Gute Nacht. Wir hätten halt auch raussaugen können. Das hätte deutlich länger gedauert. Und für die zwei, ein, zwei Punkte Blut, die uns fehlen, lohnt sich das erstmal nicht. Geräusche. Anybody? Mohammed! Nobody! Go! Weebeh math. Wow! Hu. Was?